Musik 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 Mir gefällt das Gebiet gut. So kleine Püße, Bäume, Berge, dazwischen so kleine Felder. Ja, schaut auf jeden Fall cool aus. Es ist halt nur schwer zu mir jagen, denke ich. irgendwie. Das stimmt schon. Der Lodgers Point ist sicher leichter. Ist ja auch für Anfang. Naja, wahrscheinlich deswegen eben. Was ich gerne hätte, wäre Afrika. Wüste? Safaris. Ah, okay, Safaris. Also Wüste. Wüste, was willst du denn da? Ja, ein Kaioppen. Da gibt's genug. Arizona-Wüste zum Beispiel. Da rennt genug rum. Ich weiß es nicht, aber auch so Tiger-artige Sachen und so. Also so Leoparden-artige. Also Mountain Lion oder was? Ja, sowas. Und irgendwelche Kazellen-Arten. Antilopen? Ja, sowas, glaube ich. In der Art. Also da lebt schon ein bisschen was. Ah, okay. Und zwar wahrscheinlich vereinzelt, aber... Aber... Na, Afrika ist sicher cooler. Ja, das erfahre ich immer. Oder so Büffelherde, wo gleich 30-40-40 da herrennen. Und dann ist da dein halber Automaten und Ballastner rein. Bam, 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 bam. So machen, dass die Leute erinnern. Manche schon. Hey, da geht jeder in unsere Richtung, der Elch. Trappt's weg, irgendwie. Ja, das wirkt ein bisschen verängstigt. Das ist verängstigt. Vielleicht war es das von vorher. Ma, das war ja noch ein Kind. Wir haben die Mutter weggeschossen. Die Mutter und die Tante wahrscheinlich. Oder die Oma und die Mutter. Steht da noch was? Oh nein, das ist nur ein Zorn. Gehen wir mal. Nur das kleine, achtjährige Mädchen hat überlebt. Boah, das ist ja echt Bambi. Das waren die gleichen Spuren. Das ist rum, ja. Aber die alte Spuren, die es herumgegangen sind. Naja, das kannst du vergessen. Du brauchst fliegen. Oh Gott. Hier ist Blut. Wir haben den Film-Bambi mit nachgespielt. Ah ja, hier ist Blut. Fliegen. Also hier rauf. Ja, fliegen ist nichts für zart, beseidete. Okay, gehst du links und nicht rechts. Beseidete? Ist das nicht beseidete? Links habe ich nichts von. Reicht ziehlich und was. Ich bin mir nicht ziehlich. Ja, zart beseidete. Nicht zart beseidete. Das hat ja nichts mit der Seite zu tun. So ist das da? Ich glaube, das hat etwas mit der Seite zu tun. Nein, beseidete. Naja, das ist ein altes. Aber ich könnte mich auch ehren, also. Das ist nicht ewig rumgegangen, aber deswegen. Aber ich glaube, das stimmt. Zart beseidete. Hingeschießer zum Weg. Boah, das ist ein Haufen. Bis deppertest, leg ich einen Monat nicht. Ich glaube, du müsstest auch zum Arzt geben, wenn das der Fall wäre. Herr Doktor, ich lege Elkhaufen. Das war ein Angstschiss, war das. Ich habe die Spur getrackt. Autospur. Autospur. Halt die Fasen da draußen. Skitter. Wirklich. Sag, du gehst jagen in Ruhe. Soll die Pappen halten. Mit was darf man das Auto erledigen? Schrot. Schrot. Nur Schrot? Okay. Ja, ja. Schrot. Na, ich würde richtig fette Schrotkugeln nehmen. Ich sehe was. Was siehst du? Ein Elkh. Elkh. Ja, ich habe jetzt nur den Crosswater Bar wieder. Ist ja das, der da... Ja, du siehst das ja, ja. Ja, das ist so ein kleines White-Tail. Ja, dein Elkh hat geschmeckt. Aber das ist auch vielmehr Elch. Okay. Soll ich das White-Tail erledigen? Soll ich mitkommen? Ich will dich wieder suchen. Ja, wenn du willst. Aber wenn es nicht sein muss, dann... Na, dann lassen wir es. Vielleicht habe ich was Fetteres. Ah ja, ich sehe ich es. Schau mal, ob ich denn was finde. Okay. Ja, gut, das Profil. Ah, binokular sich will es noch einmal spoten. Das wird jetzt schwer, wenn du nicht weißt, du wie du siehst. Na ja. Das ist, glaube ich, irgendwie besser drauf, damals. Okay, bist du ready? Ja. Okay. Sieh was? Nein, das bist du, Bianca. Ich weiß, du bist echt nicht wichtig. Achso, ja, du bist... Ich glaube, wir müssen echt nicht schicken, ja. Ah, jetzt dreht sich es auch weg von uns. Okay. Von hier soll es gehen, oder? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich habe es im Hals drauf und du auch. Super, zwei Pfeile im Hals. Jetzt sehe ich keine Spur mehr. Das witzige ist das nächste, der nächste Ech schreit wieder. Die sind so leise, du kannst... Du gehst ungestört wirklich durch. Ja, das ist wirklich cool. Der nächste Ech steht da zu mir mit und schreit. Kill mich, kill mich. Super. Auf zum nächsten. BAM! Na, komm schon. Man ist echt so schlecht drauf, ne? Willst du einen zauberen Elch-Arsch haben? Hm, da hat was geschehen. Ah, White-Held hier. Ich will im Geschäft nach Elch-Klo fragen. Sehr musikalisch wieder heute. Elch am Klo, Elch am Klo. Ja, da schaut die Witze zu. Ich habe so eine Blutspur, aber das sagt Roaming. Das ist immer nur das Beste. Zeig du mir zurück. Und zeig du dir zurück, ja? Das ist... Oh Gott. Hat nur kurz mal gedreht oder so. Ja, die nächste, die mir jetzt raten, wo die ist oder was. Die wissen schon, wie sie ihre Spuren verdecken. Na, echt? Ich schieße nicht mehr auf Elch. Hey, Futterstelle, Feralhawk. Weil die bieten sich immer so dummer an. Das ist jetzt zu verlockend. Hast du das gefunden? Ah, okay. Ich habe komplett die Spur verloren. Boah. Und los geht's wieder. Wunderbar. Ich kaufe mir jetzt die größte Kaliber, weil sie es gibt. 9.3-62. Das ist der rechten Kaliber? Ja, 9.3-62. 9,3 Millimeter, 62 Millimeter Hülsenlänge. Okay. Kannst du mal rufen, wenn du willst? Ja, ich suche mir auch nichts jetzt. Naja. Also. Oh, Fiech. Erst habe ich das nicht mit? Oh, ich habe nur ein Pheromonspray mit. Also so ein Pipi-Spray. Mein Pipi-Spray. Hülsenlänge. 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 Soll ich? Das ist aber jetzt komisch. Ah, oh, ja warte. Den Rufer habe ich aber gleich auch mit, oder? Ja, voll. Ich habe ihn mit. Warum habe ich ihn nicht mit? Ich ruf ihn mal. Ich weiß nicht. Oh, laut der Rufer hast du wahrscheinlich irgendwie vergessen. Ich habe alle mitgenommen eigentlich. Komisch. Das ist ja urweit klar. Ja. Weil wir müssen eigentlich kritische Treffer ziehen. Unsere Lunge eben und Herz. Alles andere, da merkst du wie fast rennt. Das ist bei Kugeln nicht anders. Wenn du nicht gescheit triffst, dann rennt. Das ist einfach schön. Ja, aber ich weiß nicht. Zielen fand ich dort irgendwie einfacher. Da sind die meistens gleich liegen blieben. Ah, hier liegt's. Ja, weil du einfach Knochen durchschlagen kannst. Bist du wahnsinnig. Okay. Ich zeig's nochmal rufen. Ein Pfeil ist in den Hals gegangen. Was? Ich habe meinen, siehst du nicht. Warte. Doch, ich sehe beide. Ich sehe beide. Ich sehe beide. Und deine ist, glaube ich, der am Ohrwaschel. Ah ja, Ohrwaschel. Das war der Scheißtreffer eigentlich. Der hätte überhaupt nix gemacht, glaube ich. Dann schauen wir's uns mal an. Ja, ich habe ihn ein Ohrpiercing gegeben. Ja, beides nur Body Hits. Wieder mal keine kritischen Sachen. Aber wieso Body, wenn ich im Kopf geschossen habe? Keine Ahnung. Und wo ist es in meinen Kiefen? Zählt das als Body? Wieso? Ja. Körper, ne? Körpertreffer. Halt ganz kritischer. Gehen wir mal ein bisschen Reste an. Okay. Ich glaube Body heißt so viel wie, du hast zwar getroffen, aber nicht wirklich. Nix kritisches. Das wird ne Mördernachsuche. Oh Gott. Das wird jetzt gar kein Bock. Wenn die Kugel eigentlich drin stecken bleibt, gibt die doch eigentlich die ganze Energie. Ab, ne? Wenn sie Durchschuss ist, dann fliegt sie noch weiter mit Energie. Das schon. Das stimmt. Das ist auch sehr gut. Das Problem ist, also der Idealfaktor bei Jagdmunition ist der, dass es den Großteil seiner Energie abgibt, aber noch genügend Energie hat, um einen Austritt zu erreichen. Man fällt so raus auf der anderen Seite. Das wäre ideal. Oh. Das hört sich wieder nach Elch an. Wir haben kein Glück, ich bin nur Elche. Aber rechts ist ne Spur da. Schießt auf einen Bären einmal. Nö. Ich glaub der wird ja nur wütten und gelungen sein. Ich glaub auch, wenn ich solche Ohren schieße jetzt so machen. Oh Gott. Ja. Super. Da brauchst du eigentlich einen Revolver noch reinstecken. Eigentlich schon. Na gut, Shotgun hast du ja auch, also. Der Shotgun könnte nur nachschießen. Okay, Bianca, ich hab gar nichts gesehen bis jetzt. Ich auch nicht, ich geh nochmal zurück. Nichts. Hey, die liegt ja da! Was dremmert denn so weit? Die liegt doch da! Wie bohnt's nicht hier? Die hab ich gar nicht mal so schlecht getroffen. Wie blind sind die? Wie blind sind die? Na ja, okay, ich hab's. Interstine, Hip-Bone, da hinten hab ich's schon. Du seh ne Strohflinte, sag doch was. Ach so. Gab's? Sling blim, sag doch. Jawoll. Jawoll.